Dortmund Dorstfeld Antifa! Dortmund Dorstfeld Antifa! Seit Jahren versuchen die Dortmunder Neonazis und die Partei Die Rechte, das Arbeiterinnenviertel Dorstfeld, als ihren angeblichen Nazi-Keys zu reklamieren. Die Stadt hat das Nazi-Problem über Jahre hinweg lieber verschwiegen, während die bürgerlichen Medien lieber Nazikader vor die Kamera geholt haben, statt den Betroffenen rechter Gewalt zuzuhören. Doch der Wind dreht sich in Dorstfeld. Seit Monaten befindet sich die Nazi-Szene im Abwärtstrend. Es gibt immer häufiger antifaschistische Interventionen im Viertel. Die angebliche faschistische Bastion bröckelt. Der Hammer ist aber ganz zu kommunistisch, ne? Hammer und Fischi, den Deutschen fischen! Hammer und Fischi, den Deutschen fischen! Trag das dick und trau dir was! Das kannt doch jetzt haben wir fast die Erfahrung, ne? Ja! Na, ich war immer so groß und fischen! Ja! Ja! Wir sind nicht auf den öffentlichen Verkaufsengen. Ja, 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 ja! Na, ganz alleine, ne? Niemand mehr hier bei euch, ne? Alle aufgehauen, Fakistinnen, Alter! Was ist denn mit euch? Am letzten Samstag, dem Tag unserer Klasse, protestierten AntifaschistInnen gegen eine Kundgebung der Nazis im Zentrum des Viertels. Danach gelang es einer Gruppe von AntifaschistInnen direkt vor das sogenannte Braune Haus zu ziehen. Dieses Haus ist Mittelpunkt der faschistischen Aktivitäten in Dortmund und ganz NRW. Laut skandierten die AntifaschistInnen, was an diesem Tag für alle Menschen im Viertel sichtbar war. Der Nazi-Kiez ist ein Mythos. Die faschistische Präsenz im Viertel ist enorm geschwächt. Das war ein wichtiges Zeichen, aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Deshalb am 8. Mai zur antifaschistischen Kundgebung auf dem Dorstfelder Wilhelmsplatz. Auf das schon bald wieder die schwarz-rotte ArbeiterInnenfahne über dem Viertel weht.